Yo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute auf der Kleinmesse in Leipzig und ich hoffe, dass wir dich direkt nach zwei Minuten zusammen abgeschlagen werden. Lasst euch jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, abonnier diesen Channel, um coole Videos wie dieses zu sehen. Ich habe auf jeden Fall immer gesagt am Anfang, jede Woche safe zwei Videos hochladen. Letztes Video kam vor Zahl einfügen Wochen, ich habe keine Ahnung, ist auf jeden Fall sehr lange her. Deswegen ist hier wieder ein bisschen shit. Wir werden Leute dumm machen, mit so coolen Sachen erfahren. Und ja, viel Spaß. Wow, so schön. Was sagen Sie dazu, Joey? Ich finde das ausgezeichnet. Ich habe einen getroffen. Geil, come on. Wir schießen um... Nein, wir schießen nicht auf die Leute. Wir knacken den Highscore. Hier sieht man besonders viel. Komm aus. Hä? NANI? Also man sieht deutlich, ich habe gewonnen. Es ist so romantisch. Das Riesenrad. Mir ist gerade eingefallen, dass sie bei einem Riesenrad ja immer da unten erst drei Gondeln voll machen. Dann fahren wir wieder hoch. Und dann stehen wir über... Da fahren wir jetzt bestimmt zwei Stunden oder so. Hä? Ich habe das Prinzip Riesenrad, glaube ich, nicht verstanden. Naja. Und wir fahren. Und wir fahren. Ja. Nach oben. Ihr seid alle hässlich. Was machen wir jetzt, wenn das abbricht eigentlich? Das wäre nicht so cool. Hätten wir ruhig mal die Scheiben hier putzen können. Dirty. Das ist nicht Corona-konform. Über den Wolken muss die Freiheit gut rechnen. Da laufen sie, der niedere Pöbel, ihr Vasallen, der Bauch voll mit Kräppelchen und Bier. Damit werde ich definitiv nicht fahren. Du bekotzt dich da und dann kriegt der jeweils linke von dir das Ugelst in die Fresse. Also ich kenne jetzt die physikalischen Gegebenheiten meiner Kotze im Strahl. Ich mal die Geschwindigkeit des Drehmoments. Das klang sehr schlau. Ähm, ja, keine Ahnung. Wir halten fest, man kriegt Kotze in die Fresse. Das hier ist er, was für mich. Guck mal, hier gibt es sogar so eine Rutsche. Also man muss schon sagen, das haben wir gerade besprochen, Kleinmesse ist schon cool. Ich dachte, wir kriegen halt direkt nach 5 Minuten aufs Maul von irgendeiner Gang, die irgendwie so da unten rumläuft. Hilfe! Geil, ich hab's verpasst. Scheiße! Das ist alles cool. Die Sachen sind auch irgendwie nice und es ist jetzt nicht nur, man schießt irgendeinen komischen Becher um und kriegt so einen hässlichen Teddy. Das ist schon top. Wir haben hier Knoblauch, nee, jetzt ist es nochmal Fladenbrot mit Schafskäse. Ich habe jetzt 4,000. Majeezy. Majeezy. 5,000, let's go. Oh Mann. Oh Mann. No, no, no. Aiii. 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 Du sagst, ich habe einen kleinen Penis. Nein. Aiii. Ich habe einen großen Penis. Aber vielleicht für dich ist es nicht groß, aber für mich ist es groß. Da fliegt ein Kinderarm. Hilfe. Was ist dein Joi, Alter? Hallo. Er fährt jetzt alleine damit. Wir haben alle keinen Bock. Es tut mir leid, Joi. Du wirst safe kotzen. Du wirst dich kotzen. It's all off. Du leid. Nein. Hey. Hey. Zoe. Zoe. Oh mein Gott. Wo ist er? Wie war es? Das war die absolute Schiebung. Okay Leute. Das war es mit dem Video. Lasst mir doch schon mal einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Channel, um keine anderen coolen Vlogs mehr zu verpassen. Wir erreichen auf jeden Fall die 100 Follower bald. Deswegen macht das, wenn ihr noch unter den 100 dabei sein wollt. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Monaten 300 Millionen Follower haben. Und wenn ihr einer der coolen seid, dann seid ihr einer der coolen. Yo. Haut rein. Und bis Aldrian. Brrrr. 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 Vielen Dank.